Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord der Held-Maschine. Kommt mal ein. Im Grunde genommen sind wir die Held-Maschine plus Dudelsack und Briller und Geiger. Ja. Das geht noch was. Sehr geil. Moin. Drei Fotosessions hinter uns. Vier Stunden gepennt. Vorletzte Show. Hey Dirk. Check. Held-Maschine. Held-Maschine Crew. Held-Maschine Ben. Ihr seid süß. Dankeschön. Mord. Zucht. Mord. Mord. Zucht. Mord. Mord. Zucht. Ja, ich spiele auch im neuen Jurassic Park Film mit. Stimmt. Ja, ich bin der Dinosaurier. Ganz genau. Ja, geil, geil, geil. Hallo Maschinenfunk. Hier ist ein Mitglied der Zuchtmaschine. Und ich bin sehr traurig, dass es vorbei ist, weil es war so scheiß'n geil. Und äh... Das stimmt. Wir waren noch nicht fertig. Wir waren noch nicht fertig. Boah. Ich hab das T-Shirt. Wo hast du das denn hergekriegt? Tja. Hätte ich auch gern. Hast du bezahlt? Nein. Fuck. Held-Maschine. Ich hatte auf dieser Tour mit Held-Maschine und so unser Patinatus die geilste Tour ever. Und das heißt einiges. Das war weggespielt. Wunderbar. Ja. War sehr cool. Subway to Sally offizieller Fanclub. Ja. Wie heißt er nochmal? Das Schwarze Meer. Held-Maschine war eine richtig geile Show. Mann, war einfach geil. War einfach geil. Also, Bombenshow. Wunderbar. Perfekt. Eis-Heilige Nächte 2014 sind rum. Ein kurzes Statement. Sehr sehr traurig, dass es rum ist. Es war wunderschön. Held-Maschine. Verdammt geil. Hammer geil. Tausend Tage, dass wir dabei sein durften. Es war mega fett. Wir kommen gerne wieder. Leute, es war tierisch geil. Ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Aber das waren die Eis-Heiligen Nächte. Und es war einfach der Hammer. Ich wollte nochmal ein riesen Dankeschön sagen. Ich weiß, ich hab's schon ein paar Mal getan. Aber auf diesem Fall kann man es nicht oft genug machen. Vielen, vielen Dank, dass wir das mit euch hier machen durften. Dass ich das alles erleben durfte. Es war grandios. Besten zwei Wochen meines Lebens. Ich wollte mich bedanken bei Subway to Sally. Die Nächte waren kurz. Wir haben sauer und viel Spaß gehabt und gefeiert. Super verstanden mit allen. Vielen Dank an Subway to Sally. Radio. Aktiv. An Saltatio Mortis. Saltatio Mortis. An Unzucht. Und an die komplette Crew. Eis-Heiligen Nächte 2014. Rock. Vielen Dank. Ich hoffe, ich sehe euch alle nochmal wieder. Ihr wart ein super Verein. Danke. Ich bin sehr, sehr gerührt über das Ergebnis dieser Tour. Vielen Dank dafür. Danke. 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 pickles. Genre, Mentor. Cool- Come eins. Cool- come eins. Cool- mode. Cool- united, cool-unto neue subscriptions, seslüs合 und zusl sure Ηota tubar und geschickt. Haben wir alle! Alle Händen hoch! Und der Schreie! Dann verabschieden wir uns, damit es nicht zu lang und zu langweilig wirkt. Mit den Döner sind es.